Hallo und herzlich Willkommen! Mein Name ist Nico Rittenau und wir gucken uns heute an, mit welchen Mitteln man die Proteinversorgung bei einer rein pflanzlichen Ernährung optimieren kann. Denn wenn wir uns das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angucken, dann wird dort gesagt, dass in schlecht zusammengestellten pflanzlichen Ernährungsweisen Protein bzw. manche essentiellen Aminosäuren tendenziell kritisch sein können. Wie wir uns allerdings im Video zu den wirklich kritischen Nährstoffen bei der veganen Ernährung angeguckt haben, muss Protein in einer ausgewogenen veganen Ernährung absolut kein kritischer Nährstoff sein. Wenn man das Video noch nicht gesehen hat, kann man das sehr gerne hier tun. Wir blenden es hier ein. Es war im dritten Teil der dreiteiligen Videoreihe zu den kritischen Nährstoffen, wo wir sowohl Protein als auch die unentbehrlichen Aminosäuren besprochen haben. Und Protein muss man ein bisschen unterteilen, die quantitative Zufuhr, also die Frage, ob man genügend Mengen davon bekommt. Auch das klären wir in einem separaten Video. In diesem Video geht es mehr darum, ob wir die qualitative Zufuhr sicherstellen können bzw. welche Wege wir gehen können, um die Qualität der Proteinzufuhr zu erhöhen. Und da stellen wir drei Wege vor, um das sehr einfach und spielend zu machen. Wie man anhand der Tabelle sehen kann, gibt es eine ganze Reihe an exzellenten Proteinlieferanten, die unsere quantitative Zufuhr mit Aminosäuren und Proteinen sicherstellen können. Allen voran die Hülsenfrüchte, aber auch Vollkorngetreide, ebenso wie Nüsse und Samen liefern uns große Mengen an Protein. Und ergänzt durch Obst und Gemüse sind diese fünf Lebensmittelgruppen exzellente Lieferanten aller Nährstoffe inklusive dem Protein. Die Frage, die aber zurecht aufkommt, ist weniger die quantitative Zufuhr, also kriegen wir mengenmäßig genug, sondern es wird oft kritisiert, dass die Qualität des pflanzlichen Proteins geringer wäre. Und wir gucken uns an, ob das wirklich stimmt und vor allem mit welchen Mitteln wir diese vielleicht erhöhen können, ohne im Alltag gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen. Und ein Blick auf Tabellen für die beispielsweise biologische Wertigkeit zeigt das, was manche Menschen kritisieren, nämlich während die biologische Wertigkeit von Soja 74 ist oder von Gluten 64, finden wir in tierischen Produkten beispielsweise wie ein Ei eine biologische Wertigkeit von 100 und auch beim Rindfleisch eine biologische Wertigkeit von 80. Das heißt, ja, wenn wir ein Lebensmittel isoliert betrachten, haben wir in den meisten Fällen bei den tierischen Proteinträgern eine höhere biologische Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit wiederum sagt aus, ob inwieweit das Protein aus der Nahrung dem Bedarf des Menschen entspricht bzw. mit welcher Effektivität der Körper aus dem Nahrungsprotein körpereigenes Protein machen kann. Und wenig überraschend ist der Muskel von einem anderen Lebewesen dem eigenen Körperprotein näher als eine Hülsenfrucht. Die wichtige Frage ist aber, ob es denn wirklich relevant ist, welche biologische Wertigkeit ein einzelnes Lebensmittel hat und wie man insgesamt auch die biologische Wertigkeit erhöhen kann. Das klären wir dann in diesem Video nachfolgend. Es wird auch oft kritisiert, dass die biologische Wertigkeit per se ohnehin veraltet wäre und es wird oft dann vom sogenannten PDCAAS gesprochen, vom Protein Digestible Corrected Amino Acid Score, der nicht nur die biologische Wertigkeit im Sinne der Aminosäurenzusammensetzung, sondern auch die Verdaulichkeit der Proteine mit einberechnet. Und aber auch hier sehen wir das Gleiche. Ein Ei beispielsweise einem PDCAAS von 100, Rindfleisch von 92, wohingegen schwarze Bohnen mit 75 bzw. Erdnüsse mit 52 wesentlich schlechter abschneiden. Also auch hier würde man auf den ersten Blick weiterhin sagen, offensichtlich ist tierisches Protein im pflanzlichen bei Weitem überlegen und von daher wird dann kritisiert, dass eine pflanzliche Ernährung vielleicht nicht qualitativ ausreichende Mengen an Protein liefern kann. Nun haben wir jetzt aber drei Wege, bzw. wir werden drei Wege vorstellen, wie wir sowohl die biologische Wertigkeit als auch die Verdaulichkeit im Rahmen des PDCAAS verbessern können und somit garantieren können, dass man über eine isokalorische, also kaloriendeckende pflanzliche Ernährung auch ausreichende Mengen an qualitativ hochwertigen Proteinen zuführt. Und die drei Wege, die wir haben, wir können Nummer eins die biologische Wertigkeit erhöhen, indem wir Proteinkombinationen zu uns nehmen. Nummer zwei, wir können die biologische Wertigkeit erhöhen in einem Lebensmittel, indem wir es in Form von Getreide und Hülsenfrüchten keimen. Und Nummer drei, wir können die Verdaulichkeit von einem Protein und damit auch den PDCAAS verbessern, indem wir gewisse Zubereitungsmethoden wie das Einweichen, Kochen und anderes verwenden, um das Lebensmittel besser verdaulich zu machen. Und wir gucken uns bei allen drei Methoden an, wie genau das funktioniert. Die bekannteste und auch am weitläufigsten geläufige Methode, um pflanzliches Protein zu verbessern, ist die sogenannte Proteinkombination. Viele werden davon schon mal gehört haben, trotzdem befinden sich einige Mythen im Umlauf, die wir an dieser Stelle klären wollen. Was es damit auf sich hat? Man nimmt bei der Proteinkombination sich unterschiedliche Proteine vor, guckt sich an, wie denn deren Aminosäurespektrum ist, beziehungsweise wie deren biologische Wertigkeit ist und identifiziert dann in jedem Protein die sogenannten limitierenden Aminosäuren. Also die eine oder die andere Aminosäure, die im Verhältnis zum Bedarf des Menschen einfach zu wenig in dem einen Protein vorkommt und sucht dann sozusagen ein Komplementärprotein, also einen anderen Proteinträger, ein anderes Lebensmittel, was von diesen limitierenden Aminosäuren sehr viel hat und damit ein ausgezeichnetes Komplementärprotein ist und somit das Protein ergänzt. Und wenn man diese dann, und so heißt es oft, miteinander kombiniert und zusammen isst, dann würde sich die biologische Wertigkeit erhöhen, weil man eben die limitierenden Aminosäuren durch komplementäre Aminosäuren ergänzt und damit ein komplettes für den menschlichen Bedarf passendes Aminosäurespektrum und damit komplettes Protein hätte. Und genau das sehen wir auch anhand dieser Grafik eines Weizenproteins. Wir sehen hier das Aminosäurespektrum mit den essentiellen Aminosäuren im Weizenprotein und sehen, dass von allen essentiellen Aminosäuren Lysin die limitierende Aminosäure ist, weil es am geringsten im Protein vorhanden ist. Ebenso ist Trionin, Methionin und Tryptophan etwas geringer vorhanden im Vergleich zu den anderen, die zum Teil sogar über 100% liegen. Und die Idee hinter der Kombination ist es jetzt zu sagen, wir identifizieren andere pflanzliche Lebensmittel, die vor allem besonders viel Lysin haben, aber auch viel von den anderen limitierenden Aminosäuren und geben dieses Komplementärprotein hinzu, sodass sich die einzelnen Aminosäuren untereinander ergänzen und man von einem kompletten Protein spricht. Und sei es nun Reis- und Hülsenfrüchte in Asien, Weizen- und Hülsenfrüchte im Vorderen Orient oder Mais- und Hülsenfrüchte in Südamerika, Gerichte der traditionellen Küche haben immer wieder solche Proteinkombinationen geschaffen. Und wenn man aufgepasst hat, welche Quellen hier immer kombiniert wurden, dann sieht man, es handelt sich immer um eine Kombination von Getreide mit Hülsenfrüchten. Denn das, was unser Getreide, also unsere Lysinarmen oder Lysinärmeren Vollkorngetreide optimal ergänzen kann, sind jede Art von Hülsenfrüchten. Und die Kombination lautet also, sobald wir Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide miteinander kombinieren, ergibt sich hier ein hochwertiges Protein. Und das sehen wir in vielen Gerichten, egal ob wir an Reis mit Tofu denken oder an Hummus aus Kichererbs mit Fladenbrot oder eben auch das Chili Sinkane, wo wir Mais und Kidneybohne miteinander kombinieren. All diese Gerichte nutzen genau diese Proteinkombination, um hochwertige Proteine zu erschaffen. Und spätestens seit dem 1971 erschienenen Buch Diet for Small Planet, auf Deutsch die Öko-Diät von Francis Lemur, wurde diese Hypothese auch in das Bewusstsein der Leute gebracht, dass man unterschiedliche pflanzliche Proteinquellen miteinander kombinieren kann und das auch sollte, um vollwertige, komplette Proteine zu erschaffen. Allerdings hat sich damit auch ein Mythos verbreitet, der bis heute bei vielen Menschen auch noch eingeprägt ist. Nämlich der Mythos, dass es zwingend notwendig ist, diese unterschiedlichen Proteine in einer einzelnen Mahlzeit miteinander zu kombinieren. Und selbst Francis Lemur, die Autorin, hat diese Falschaussage aus dem 1971er Buch 10 Jahre später, 1981 in der Neuauflage selbst korrigiert und sagt, dass sie mit ihrer Theorie der Proteinkombination einen unwahren Mythos erschaffen hat und betont, dass es wesentlich einfacher ist, genügend hochwertiges pflanzliches Protein zu bekommen, als sie damals dachte. Was sie damit meint ist, sie lag richtig, dass sich unterschiedliche Proteine kombinieren können. Sie lag allerdings falsch damit, dass das zwingend in einer Mahlzeit geschehen muss. Und das ist eine gute Nachricht für uns, denn es wäre ja durchaus schwierig, dass man immer den Fokus darauf setzt, dass man innerhalb einer einzelnen Mahlzeit unbedingt verschiedene Proteinträger miteinander kombiniert. Tatsächlich ist es so, dass sich diese verschiedenen Aminosäuren innerhalb eines ganzen Tages und vielleicht sogar darüber hinaus kombinieren können und man damit also selbst beispielsweise, wenn man in der Früh Vollkornbrot isst, selbst dieses Protein aus dem Vollkornbrot sich noch mit dem Tofu, dem Tempeh oder den Hülsenfrüchten aus dem Abendbrot kombinieren kann und somit im Laufe des Tages auch komplette Proteine entstehen können. Und das sehen wir auch in der Wissenschaft und Literatur. Bereits 1994 haben die Autoren Dr. Vernon Young und Dr. Peter Bellet in ihrer Publikation gesagt, dass es nicht auf die Aminosäurenzufuhr innerhalb einer einzelnen Mahlzeit ankommt, sondern dass entscheidend nur ist, welche Aminosäure man im Laufe eines Tages zu sich nimmt. Denn die Wissenschaftler verweisen auf den wichtigen Umstand, dass der Körper über einen beträchtlichen Vorrat an freien Aminosäuren in der Muskulatur verfügt, indem er gewisse Aminosäuren aus einer Mahlzeit zwischenspeichern kann. Und wenn man dann einige Stunden später eine andere Mahlzeit ist, dann kann der Körper aus diesem Aminosäurepool sozusagen neue Aminosäuren entnehmen und damit das Mahlzeitenprotein kombinieren bzw. vervollständigen. Und dasselbe sehen wir auch, wenn wir uns die Empfehlungen zur Krebsprävention vom World Cancer Research Fund in Zusammenarbeit mit dem American Institute for Cancer Research angucken. Denn die empfehlen in ihrem Positionspapier zum Thema Ernährung und Krebs, dass man in jeder einzelnen Mahlzeit, also mehrmals täglich ohnehin Hülsenfrüchte und oder Vollkorngetreide verzehren sollte. Und damit alleine, wenn dieser Empfehlung folgt, stellt man schon sicher, dass man im Laufe eines Tages irgendwann Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte gegessen hat. Wenn man die dann auch mit Nüssen und Samen und anderen Lebensmitteln, die ja auch Protein haben, kombiniert, dann entstehen automatisch vollständige, hochwertige Proteine, ohne dass man einen speziellen Fokus darauf setzen muss. Somit lässt sich festhalten, dass die biologische Wertigkeit, von der wir gesprochen haben, die also bei tierischen Produkten im Schnitt, wenn wir sie einzeln betrachten, höher ist als bei pflanzlichen Proteinen, dass diese nur eine Relevanz besitzen würde in dem theoretischen Modell, wo wir wirklich nur ein Lebensmittel über langen Zeitraum hinweg zuführen. In dem Moment, wo wir das machen, was wir auf täglicher Basis tun, nämlich uns abwechslungsreich und vollwertig zu ernähren und unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel in den Speiseplan inkludieren, in diesem Moment verliert die biologische Wertigkeit ihre Praxisrelevanz und wir haben hochwertige Pflanzlehrproteine mit einer ausreichend hohen biologischen Wertigkeit. Und eben noch einmal wichtig zu erwähnen, man muss das nicht in einer Mahlzeit tun, es genügt im Laufe eines Tages, das zu tun. Darüber hinaus könnte man auch sagen, auch abseits der reinen Kombination von verschiedenen Proteinträgern, wo wir also limitierende Aminosäuren mit Komplementärproteinen kombinieren, gibt es auch noch Verarbeitungsmethoden und Zubereitungsmethoden, wie man in einem einzigen Lebensmittel die biologische Wertigkeit erhöhen kann. Denn selbst wenn wir in die fixative Situation geraten würden und wir hätten beispielsweise nur noch Getreide für einen ganzen Zeitraum übrig, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, hier wesentlich hochwertigere Proteine zu bekommen, indem wir nämlich eine Sache machen, Tipp Nummer 2, wir keimen. In dem Moment, wo wir keimen, entstehen eine ganze Reihe an neuen Stoffen. Man weiß, dass sich durch das Keimen Vitamine wie Vitamin C, Folat, also Vitamin B9 und auch Vitamin E vervielfältigen und auch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe wie Beta-Carotin um ein Vielfaches steigen. Was man aber auch weiß, und das ist das Interessante in Bezug auf das Protein, die biologische Wertigkeit des Getreides beispielsweise erhöht sich durch das Keimen, weil durch das Keimen mehr der essentiellen Aminosäure Lysinen steht und damit jene limitierende Aminosäure im Getreide in höherer Menge vorhanden ist. Und damit kann man selbst mit dem Getreideverzehr alleine ein hochwertiges Protein haben, weil Lysin, die limitierende Aminosäure, hier steigt. Die dritte Möglichkeit, die wir schon kurz angekündigt haben, ist die Verarbeitung in Bezug auf die Verdaulichkeiten. Wir haben jetzt zwei Methoden gefunden, wie man die biologische Wertigkeit erhöhen kann. Zurecht wird aber gesagt, dass die biologische Wertigkeit eine ganze Reihe an Limitierungen hat und sie eigentlich nicht das beste Modell ist, um insgesamt Proteine zu bewerten. Deswegen wir ja auch schon an früherer Stelle vom sogenannten PDCAAS gesprochen haben und dieser Wert ist wesentlich näher an der Realität dran, denn er kombiniert zum einen natürlich auch das Aminosäurespektrum, was wichtig ist, aber er ergänzt das um die Verdaulichkeit des Proteins und sagt, es ist nicht nur wichtig, welche Aminosäuren in einem Lebensmittel drinstecken im Vergleich zum Bedarf des Menschen, sondern auch wie gut die verdaulich sind. Und wir haben schon gesagt, die Verdaulichkeit von pflanzlichen Proteinträgern, beispielsweise von schwarzen Bohnen, war mit 75 und jene mit den Erdnüssen mit 52 wesentlich geringer als die vom Ei mit 100 bzw. die vom Rindfleisch mit 92. Und auch hier kann man aber kritisieren, dass auch der PDCAAS gewisse Limitierungen hat und vor allem die Zubereitung nicht ausreichend in seine Bewertung inkludiert. So heißt, klar, wenn wir von rohen Lebensmitteln sprechen, mag dieser PDCAAS-Kor auch korrekt sein. Wir essen aber Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und andere Lebensmittel nicht roh, sondern was machen wir? Wir weichen ein, wir kochen, wir bereiten zu. Und wir wissen, dass durch diese Zubereitungsmethoden der PDCAAS steigen kann. Denn das Kochen von pflanzlichen Proteinträgern wie Hülsenfrüchten kann einige der verdauungshemmenden Stoffe wie Enzyminhibitoren durch das Erhitzen drastisch reduzieren und so die Verdaulichkeit steigern. Beispielsweise konnten Kinderbohnen ihren PDCAAS-Wert durch das Kochen sogar fast verdoppeln. Und somit konnte man sehen, dass man viel wichtiger die zubereiteten Lebensmittel bewerten sollte und nicht pflanzliche Lebensmittel in ihrem Rohzustand. Insgesamt natürlich neben der unterschiedlichen Verdaulichkeit durch unterschiedliche Zubereitungen hat auch der PDCAAS natürlich die Limitierung, dass er sich immer auf einzelne Lebensmittel bezieht. Und wir haben ja schon gesagt, dass sich abgesehen von der Verdaulichkeit auch die biologische Wertigkeit und damit ja auch das Aminosäurespektrum, das für den PDCAAS relevant ist, durch die Kombination von Lebensmitteln im Laufe des Tages in unterschiedlichen Gerichten erhöhen kann. Und somit muss man auch hier sagen, dass der PDCAAS genauso wie jede Art von reduktionistischen Bewertungsmethoden für die Proteinzufuhr in der pflanzlichen Ernährung einfach dem Alltag nicht gerecht wird und nicht abbilden kann, wie sich vegan lebende Menschen wirklich ernähren und wie hochwertig ihre Proteinzufuhr am Ende des Tages ist. Darüber hinaus gibt es auch einige Quellen, die kritisieren, dass generell die Aminosäureenzufuhr-Empfehlungen vielleicht zu hoch gegriffen sind und vor allem an der tendenziell limitierenden Aminosäure-Emolysin, vor allem bei Getreide, Beton und pflanzlichen Ernährungen, dass hier vielleicht zu hoch gegriffen wurde und der Bedarf des Menschen hier vielleicht überschätzt wurde. Der Bedarf des Menschen ist 30 mg pro kg Körpergewicht und das würde bedeuten, dass eine 60 kg schwere Person pro Tag 1800 mg Lysin zufuhren müsste. Lysin ist relevant für den Aufbau von Muskelproteinen, einigen Hormonen und Enzymen sowie für die Wundheilung und die optimale Kalzium- und Eisenabsorption im Organismus und kann vermutlich auch bei Haarausfall eine protektive Rolle spielen. Und wenn wir uns angucken, Lysin-Lieferanten, wie wir schon gesagt, Hülsenfrüchte sind hier ganz oben zu nennen. Das heißt, wenn wir nicht nur die Tabelle angucken, wie viel Protein in unterschiedlichen Lebensmitteln insgesamt steckt, sondern wenn wir uns angucken, wie viel Lysin in unterschiedlichen Lebensmitteln, pflanzliche Herkunft steckt, sehen wir, wie gesagt, Hülsenfrüchte sind hier ganz oben zu nennen. Sie sind alle exzellente Lysin-Lieferanten und schon 190 g gekochte Erbsen oder 200 g gekochte Mungbohnen können den Lysin-Bedarf der 60 kg schweren Beispielperson in Höhe von 1800 mg decken. So viel muss aber natürlich auch niemand essen, da ja auch andere Lebensmittel im pflanzlichen Speiseplan Lysin liefern, aber es zeigt, welch exzellente Lysin-Lieferanten diese sind. Um einen anderen Vergleich zu ziehen, man müsste für die gleiche Menge an Lysin, beispielsweise durch Getreide, ganze 600 g Vollkornbrot oder 400 g Haferflocken essen oder in Form von Nüssen müsste man 240 g Cashewkerne oder 310 g Mandeln essen. Und das wäre natürlich, wenn man sich den Kaloriengehalt von diesen Nüssen anguckt, ein Vielfaches an Kalorien, was man ansonsten viel weniger kaloriendicht über die Hülsenfrüchte decken könnte. In Summe können wir also sagen, dass man im Rahmen einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung sowohl quantitativ als auch qualitativ ausreichende Mengen Protein zuführen kann und somit eine Proteinbedarfsdeckung gewährleisten kann. In einem anderen Video zum Thema Protein, wo wir uns die Frage gestellt haben, müssen vegan lebende Menschen denn mehr Protein als Mischköstler zuführen? Wenn man es nur nicht gesehen hat, man kann es sich hier gerne angucken, haben wir festgestellt, dass die bestverfügbarsten Daten nicht dafür sprechen, dass das überhaupt notwendig ist. Aber selbst wenn man aus Sicherheitsgründen oder wenn man einen etwas erhöhten Bedarf hat, etwas mehr Protein zuführen möchte, ist auch das rein pflanzlich spielend möglich. Und wie wir anhand der drei Methoden zur Verbesserung der Wertigkeit des Proteins aus dem heutigen Video gesehen haben, ist auch die qualitative, hochwertige Proteinzufuhr kein Problem. In diesem Sinne hoffe ich, dass man vor allem einige Sorgen und Ängste in Bezug auf eine Unterversorgung mit Protein ablegen konnte durch dieses Video. Wenn man noch mehr zum Thema Ernährung erfahren möchte, dann kann man sehr, sehr gerne auch diesen Kanal abonnieren und auch die Benachrichtigungen aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Wenn man noch mehr zum Thema Ernährung erfahren möchte, kann man sehr gerne Teil meiner vier-tägigen Ernährungsseminarreihe Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung in Berlin sein. Alle Infos dazu gibt es unter nicoritzenau.com.seminare. Und noch mehr Informationen in schriftlicher Form und natürlich auch all die Informationen aus diesem Video und vieles mehr gibt es in meinem über 450 Seiten starken Werk Vegan-Klischee-RD, das evidenzbasiert die häufigsten Mythen rund um die pflanzliche Ernährung bespricht. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin eine gute Zeit und beste Gesundheit.